Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Get Down und wir sehen uns gleich nach dem Intro. So, da bin ich auch schon wieder nach dem Intro und das erste Thema, was heute ansteht, es geht um ein Community-Team-Speak und wenn ich einen aufmachen soll, dann schreibt einfach mal Hashtag Ja rein und wenn ich keinen machen soll, okay, der hat mich erstmal hier runtergeschlagen, dann schreibt Hashtag Nein, wenn ich keinen bringen soll. So, ich probiere heute einfach mal mein Bestes, die Maps weiß ich gerade nicht genau, Blindheit, erstmal Blindheit bekommen, nicht so gut. Ich probiere mal den Block hier hinzunehmen, Feuer, warum? So, 95 Coins, 94, ich probiere so schnell wie möglich hier nach unten zu kommen, bekomme ich Heilung. Heilung, weiterleben, nice, läuft. Dann gehe ich mal hier runter, Heilung, okay, es könnte was werden, vielleicht bin ich der Erste, vielleicht, muss aber nicht sein. Ne, da unten ist einer, so gut wie unten. Ja, Gewinner, GG, der da unten. So, dann kommen wir auch gleich schon zur nächsten Map, ich hab's auf jeden Fall, ich wurde auf jeden Fall Zweiter. Ja, und da muss man halt einfach Luck haben mit der Heilung. Ach, das ist die Map, Rainbow oder so. Okay, auf ein neues. Hier, hier. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den Spielmodus hier öfter sehen wollt oder andere Interessen habt an Spielmodus. So, hier. Nein, schade, Mist, 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 jetzt bin ich runtergefallen. Das war nicht so toll. Was hier. Was auch sehr wichtig ist, wo ihr auch in die Kommentare schreiben könnt, ist, ob ich eher längere Videos bringe, dafür weniger schneide oder kürzere Videos bringe und mehr schneide. Auch ein wichtiges Thema. Aber das Wichtigste ist eigentlich jetzt erstmal wegen dem Community-Team-Speak. Einfach Hashtag Ja, wenn ihr einen haben wollt. Ähm, Hashtag Nein, wenn nicht. So, das war übermütig fast schon, aber ich hab's gepackt. Hier ist Heilung, Regeneration, nice. Lucky, weiterleben. Vielleicht hier runter. In Get Down schneide ich natürlich gerne nicht so viel, weil sonst gehen ja die ganzen Highlights weg, da hab ich auch keine Lust. Wegen, als ob ich jetzt noch erster ins Ziel komme. Ja, easy. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber GG. Ähm, dann kommen wir auch schon zur nächsten Map. Cactus, okay. Gut zu wissen. Jetzt ordentlich Coins eigentlich zusammengebracht. Oh, die Map sieht schlimm aus. Lucky, weiterleben. Unlucky, Jump Boost. Und ich bin tot. Übelkeit. Oh, das ist gar nicht gut. Sorry, Leute, ich muss kurz stehenbleiben, weil das zu schwer wird. Oder? Okay, jetzt geht's wieder. Hey, okay. Mist. Ich muss mich jetzt echt beeilen. Oh Gott, war das knapp, ey. Ja, klar, und da werde ich runtergehauen von einem. Ich geh jetzt weiter weg. Keine Lust. Boah, ein Herz, als ob. Das wird ja jetzt richtig schwer. Okay, ein Herz. Da, bitte, 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 bitte. Heilung, Heilung. Oh, jawohl, Gott sei Dank. Natürlich hier auch so Abfucker, die wollen einfach nur einen runterhauen. Okay, Gewinner. Okay, ich hab jetzt nicht so viel Coins. Mal gucken. Piat, 64 Coins. Das wird natürlich sehr schwer. Hm. Ich würde auf Steinschwert gehen. Auf Diapanzer. Und Schuh noch. Ja, okay, Mist. Da war es uns richtig versemmelt hier mit den Points. Ähm, ein bisschen Essen vielleicht. Ja, okay, das reicht. Vielleicht noch ein Goldapfel. Nahrung haben wir genug. Können wir da uns noch was machen? Nee, wir können ja kein Level mehr kaufen. Okay, dann hab ich das auch jetzt schon so verkackt. Jetzt müssen wir noch 43 Sekunden warten. So, da hab ich das einfach rausgeschnitten, weil ich wollte jetzt euch nicht hier die 30 Sekunden irgendwas vorlabern oder so. Ich werd meinen Namen verändern. Deswegen geht's auch schon in 3 Sekunden los. Go. Wird natürlich sehr schwer. Ja, klar, wenn man dann schon fokussiert wird. Als ob, ey. Das ist natürlich jetzt low, wenn ich direkt sterbe. Werde ich aber wahrscheinlich. Ja, er ist direkt hinter mir. Das ist doch low. Oh, da hab ich ein bisschen gegeben. Und ich bin tot. Schade, auf jeden Fall. So, dann würde ich sagen, was das erstmal. Wir sehen uns demnächst wieder. Bis dahin. Ciao.